falls ihr noch kein kanalmitglied zeit könnt ihr euch sehr gerne hier den linken oberen kleinen reinziehen das überlasse ich jedem einzelnen würde mich freuen bei jedes einzelne kanalmitglied so dass jeder kanal immer noch etwas weiter wächst so und jetzt kommen wir weiter zum eigentlichen video zurück so 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 so